Simon, was tust du denn? 1 maximal oder 2 anders maximal. Genau. Soll ich dir eine Taschenlampe anmachen? Ich bin nämlich nach dem Bild. Das ist anders. Besser. Ja, danke. Und dann mal ein Live-Telicap. Ja. Ja. Na, ich hab dir ein Live-Telicap. Soll es passen. Ich hab ja schon Live-Telicap. Automatisch. Ja, 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 ja. Ja, schau doch mal, ich suche. Ich mach mir nämlich immer noch so trauen, dass ich sicher bin, wenn hinter wird. Da wäre ich ein Live-Telicap. Ja, er ist unten bei der Schraube. Nicht ganz. Ja, da würde ich jetzt schon noch was sagen. Aber ja, drei... Drei... Drei Magazin bei mir verbraucht. Drei Schuss bei mir verbraucht. Ja. Warte mal. Warte, ist das Simon oder sind? Das war der Simon. Ja, das sind wir nicht. Stürb! Ja, ich hab im Schraut. Dort, Simon. Ja, das sind sie da auch schon. Ich hab... Ich leuchte. Du leuchtest nicht. Ich hab Leuchte, hä? Ich hab Leuchte! Komm mal, ey! Ja, einer kommt. Ah ja. Ja, weiter kannst du dich entscheiden. Aber jetzt... Ne, ja. Pass auf, und hab nichts drin. Verdammt. Von links. Unten. Wo bist du? Wo bist du du? Ja, ich bin bei der hinten, weil der hinten kommt, ey. Ich bin doch. Dachte ich mir. Was denn? Ja, du, ich denk nur, du fliegst noch. Ne, ich hab's wohl längst ausgestiegen. Na ja, das musst du mir sagen. Ich schau mal auf deinem Bildschirm. Was hörst? Ich glaub ich nix, ist eigentlich nix mehr. Eckstein, Eckstein, alles. Was versteckt das alles? Macht da jetzt noch einer? Das gibt's ja nicht, oder ne? Wie schlecht bin ich? Das zweite Mal. Voll verballt mich einfach. Wie schlecht bin ich? Nein, nein, nein. Vor allem jetzt, was ein sämtlich über die Waffen was gibt. Ich hab das jetzt. Ich hab keine Objekte. Der ist doch noch einer. Oh! Ja. Gut, dass du ihn hast. Und kommt einer. Na klar, da haben sie eine Grillegrüppel. Da liegt ein Schnäupper. Ich hab schon eine. Keine Fahrt, wenn du in die Diagonalverfahrt kriegst. Welche war ich nicht? Der Maus und die ... Original. Kommt einer in eine Seitenbahn. Oh, da ist ein paar Suka drin. Verrat nasser. Seitenbahnkot. Wie glaubt der? Oder? Aua. Ich renn und renn und renn. Hab mich schon angesehen. Und ich hätte mich voll gepackt. Wie heißt es gepackt? Ja, gepackt. Aber ... Aber ... Aber ... Ein paar Mal wurde er ... Ich hab mich nicht gepackt. Zwischen dir und mir eine Mauer. Einfach so. Ich hab dich angesehen, angesehen ... Einfach mal gepackt und eine Mauer. Ich dachte, das ist einmal ... War. Echt war. Der War. Der War. Was ist ein War und Riot? Mach mal. Ah, hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer. Leicht schon wieder. Ja, schweißen, schweißen. Was? Hast du noch nichts mehr? Der Lunder oder zweitiger? Ja. Ich hab dir leicht nicht, oder? Leicht! Das gibt's ja nicht. Der haben jetzt beide mich ausgeholt. Fack mal! Halt! Der hat uns alle zwei umgelegt. Ja, aber er warst ja eigentlich schon hin. Ne, der hinterher hat nicht getötet. Das wird das nicht schon getötet. Das war anscheinend der hinterher. Ich hätte aber schon was im Gesanzen umbringen. Aber der hat's überlegt. Nein, Mann. Ich will nicht arbeiten. Hä? Lass mich noch ein bisschen draußen. Das ist eine neue Version von... Ja. Ja? Ja. Dass die da nicht hüten, meine. Warte, bis ich den Schild aufhöre. Warte, komm! Ja. Wo? Nein, der hat auch gleich. Ja. Das war sein Glück. Das wäre jetzt nicht mehr so leicht. Oh, oh. Fack, bin ich denn nicht gesprungen? Auf den riesen Bluffmann. Auf den riesen Bluffmann. Gott, wo ich schlecht. Schwende. Ah, mich lebt da aber ein großer Zunge, bitte. Loser, der kommt doch nicht wo. Fackt auf! Voll mit der Granaten mit drin. Jetzt kommt davon, wenn man Rechtsdickler ist. Rechtsdickler. Rechtsdickler. Linksdickler, bitte. Äh, linksdickler. Was wir nicht mehr machen, gell? Das war ja sonst... Ich würde gerne mal... Ich würde gerne mal, ja. Ich würde gerne mal wieder... Ich würde gerne mal wieder... Stopp! Ich würde gerne mal wieder rücken. Nicht mal ein ganzer Ratter brinnte der Wasser. Der war echt schlecht, quasi. Nimm mal das, was da sonst noch im Petto aus den Hälsern gegeben schossen. Da war ein bisschen hinhalten. Werner tot. Anleger, das muss ja sein. Der ist schon in die Schotrichtung. Ja. Gut. Da ist aber noch einer, äh, seitengang. Hörst du es, du wirst, dass du hier drin bist? Das hat mich schon mal interessant. Und da habe ich noch meine leidliche Intuition. Und da hat sie als vaterlöser Einspruch. Dann habe ich geschossen. So eine leidliche Intuition. Na, du bist ja im Seitengang, äh, bist ja im Seitengang gegangen. Und dann hast du nicht mehr her. Und die Leber. Ja, passt mal gut. Aber wenigstens tun halt. Ist sicher. Scheiß nicht. Der, 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 der ist nicht mehr, der, der, der sich auch noch verhängt. Und dann wissen wir ja. Uouuuh. Wie hat er jetzt noch nicht mehr? Äh, Chantalet war Basuka, Basuka. Ähm, das sind mehr Häufe, mehr Häufe. Ist gesteckt? Nur, nur oben? Oh, dann wird! Ehh, die Seite gerade kommt, eine Richtung hoch. Eine Richtung hoch? Ach du will? Ja. Die Seite ist da hoch. Bitte, dass wir in der Seite sind. Man weiß es nicht. Ja, der kommt gerade auf. Warum, ich wollte da gerade rein? Das ist so ein Schmarrn, ich bin noch ins andere rein. Ich bin noch ein Teleporter. Das ist so ein Schmarrn, ich bin noch ein Teleporter. Nein, du bist nicht, du bist gerade ausgedrehen. Ihr habt dich doch gesehen. Gerade aus ist der... Der Klima. Ich bin total blänig. Was habt ihr gesagt? Ja, du. Das war meine. Das war meine. Ich hab hier so eine halbe Jahre gefahren. Oder wie ist das? Ehh, total beide. Ich hab hier in Luft gelegt, heute hab ich nichts mehr. Wuhuhu. Heute hab ich ein Handy gelegt. Aber da kommt schon wieder was. Komm, vorgib nicht. Aber da kommt was. Aua, Seitengang, Seitengang. Alles oben. Das ist weit unten. Geht hinten an mich. Der zweite kommt jetzt zur Mitte. Das ist wahrscheinlich auch nicht zur Barsuka. Barsuka frei. Ja. Sie fixen, aber dann häng ich fest an einem Stall, wobei ich auf dem Stall draufstehe. Nein, der Sniper. Der Sniper legt links bei der Folgen. Aua. Warte. Da, oder? Aua. Ach so, genauer Schatz. Vor allem ist hä da. Knirfsack. Du hast dich geleucht, oder was? Nein, von Bacağımme. Ich habe nicht geleucht, ja. Du hast mich mitgelegt, dass du mich nicht verpasst. Ja, aber ich habe dir da schon ein Fleuk gehabt, oder? Wuhu, wozu was warst du? Ach du, das läuft mir mal von dir? Ich hab' ja alle gelebt. Du lägency machst. Ja, ich hab' alle zwei alleine dich. Was sind denn da mit mir, Barsi? Ich schläfst du oder was? Ich wollte dich retten... Du wolltest mich retten? Ja, ich hab mich geschossen und sind vorher auf mich geschossen. Achso, auf die Gelenke. Wo kommt er? Seid ihr noch? Da trage ich beide. Einer drinnen und dann kann ich nichts machen. Seid ihr noch? Ja. Jetzt ist er da. Ist er tot? Er ist tot. Großer Turm, einer. Hehehe, gut, dass ich doch nur rausgekommen bin. Neuer Schwarm, wenn er gleich war. Äh, und... Ich glaub da war einer bei dem Benti-Auslegel. Er hat rausgelegt. Ja. Genau. Er kommt nicht mehr zentrum, ne? Ja. F***! Das ist ein Gramm-Wonnie. Benji, Benji, ich höre Benji. Aber auch als Teil noch. Warum haltest du noch mehr? Aber ich hab ja Helikopter. Also meine... Doch, ja. Dreh, 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 dreh! Dreh, dreh! Boah, das ist ein Scherz! Ja, ne, ne! Sorry! Ich hab nicht gewusst, dass die ... Also ich hab doch schon gesehen, dass du da ein bisschen aber da schon Druck gehad. Aber der hat uns nie! Bei mir hat er Simon, der hergeauft. Der steht hinten in der Sniper. Wo? Wo ist er denn? Bei mir ist er denn? Ja, ich bin da. Ich bin ... Falsch. Aber ich hab ein paar Gläser. Halt auf, halt auf, halt auf, halt auf. Geh nix! Hau hoch, geh nix! Simon steht. Keine Ahnung. Dann kommen wir mal in der toten Ruhe. Ist auch nicht da, aber darf doch mal ... Ich hab mal was ... Ich hab mal was ... Ist auch nicht da! Ist gar nix da! Wuhu! Also, das Sniper ist auch tot! Das hat man kann mir sagen. Ne, ist rot. Ist rot. Ist rot drauf. Ich hab doch nicht. Ja, gehen aber weg. Geh dann nicht. Beide. So, auf die Anges greifen. Der hinterher hat nichts mit der Linken. Wuhu! Ich bin gestuckt worden, glaube ich. Nein, der hat durchgestückt. Kommt hoch. Hau. Ja, der ist gestuckt. Aber ich bin so hoch. Geil. Ich hab ihn gestuckt, gestückt. Dafür starten wir hier. Hast du und Simon hier? Ich hab den Arsch gefickt. Echt? Vor, vor hinten? Darauf ist er gestohnt. Nein, da ist er gestohnt. Der war ja erst ... Erstfack. 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 Au! Verdammt. Nice. Der ist jetzt nicht bei meiner Leuchte. Der hat durch mich rechts. Ah. Nicht da nicht. Der liegt an der Schlechtung? Ich glaube nicht. Der ist ziemlich nah bei euch. Der ist jetzt nicht mehr. Reck, reck, reck. Den Gesicht braucht der Sniper, glaube ich. Da ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Der ist auch gesprungen, aber der ist vorhin nicht rausgekommen. Vielleicht ist er euch gefallen. Sind sie tot? Ja. So ist ihr wahrscheinlich wieder so was hinfahren. Hinten, ähm, ja, vorher noch ein paar Sekunden. Ich snipe. Ich snipe. Ah, scheiße, du bist ja runter. Seitengrauch hinten kommt er. Wuhu! Au! Au! Hinten, äh, ja. Hinten, äh, ja. Hinten, äh, ja, ja. Hinten, äh, ja. Dies geht so mit, zwei. Ficks! Zäh, Ficks! Na, ey. Aussi, ne, bei Sveg, wie wird der Simon nun? Nein, wirklich. Da ist gut. Schaut, wer da drin ist, der Monster? Unerfällig vor. Ich glaub, der ist unten, äh, hinten. Glaub, den Ding ist drinnen. Ich glaub, die sind so richtig. Glaube ich nicht. Oh, okay! Na, eine leichte Sveg, das ist so voll. Wo ist er noch? Das gibt's ja nicht! Juhu! Sniper! 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 Jetzt, dass er sagt, desto mehr Gewicht kriegt's! Ja! Springen wir rein in den Schraut! Schon wieder? Was haben wir nicht dafür? Ja, es war aber zu viel, weil ich hab nur gleich gefahren. Also... Zu wenig geleuchtet. Ja! So, machen wir mal eine Sanzen! Acht! Huuu! Wart mal wieder hoch! Hier, ja! Ossan! Ich rennte eben über die Schrautrück und... Hübe mir! So, du bist jetzt bei dir! Warte, dann bin ich erschlaut! Gut! Also, der ist tot! Frontal, bitte! Ich bin gespielt! Ich bin gespielt! Komm, wir zu dir, heute! So, ich hab's gesagt! Warte! Ja! Aber irgendwas hab ich in den Schub gesprengt! Legt mir das ab, da unten ist der Schub! Oh, ich hab's einfach wieder! Ich spanne da! Au! Kühl, weiß Wünschchen! Ich glaub das war ein Schub, also vor mir! Mann, er ist immer noch am Sniper-Tomo und Sniper! Da war voll vorbei, Mann! Komm's aber nicht! Das war aber der Basi! Verdammt, ey! Ich bin... Ich treff mich nicht mal im Schub, dass er jetzt etwas haben könnte! Und... So, ich hab' den Schuss nicht, aber nicht! Wo ist er da? Ich suche der zweite noch, alle zwei unten! Jetzt hab' ich voll durch die Tür geschossen! So, der war aber auch nicht wohl geholfen! Ich hab' immer noch keine Orientierung mehr gehabt! Ich hab' immer noch keine Orientierung mehr gehabt! Aha! Na! Werder Turm unten? Star Park? Ja! Nächster! So, ich sparen! Fuck! Fuck! Wo bist du denn jetzt hergekommen? Ich bin ungefähr... Das jetzt nicht mit dir hintergegelangst! Das ist ein Relay-Shop! Aber kommt noch er her! Das ist er dir aber dann! Hast du einen Relay-Shop gemacht mit meiner Granaten oder was? Naaah! Ich bin jetzt... Ich bin aber wirklich von ganz oben direkt nach zu euch! Oh nein! Das kann er essen! Der kleine Turm... Der hat sich nicht mit! Der... Boah! Kürze Neub! Daher ist er! Das geht's nicht! Ah! Ja! Ist da oben drin! Du schadest jetzt halt ein Lob! Ist da oben noch nicht da, oder? Ja! Da ist auch der Turm! Das ist auch der Turm! Da hat er alles schon bei dir! Komm nach vorne! Jetzt kommt er eigentlich fast nicht bei dir! Der hat ja nicht gemacht! Ah! Aber schön gestockt! Der hat nicht mehr gefüllt! Der kommt bloß auf dem Heimhaus! Der ist schon hier! Sind alle neun vollkommen! Das ist bei Säurotter schon! Naa! Der hat wirklich nicht mehr voll! Sehr sehr wenig sogar! Ähhh... Zweite vor! Ich bin tot! Zweite vor! Rechts! Zweite vor! Rechts! Ja! Aber weiter! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Nix normal! Nicht komm nicht! Dann soll es sich schnell ist! Scheiß links! Die Kleinei! Fix! Ja, die Säße sind ja schon wieder angekrochen gekommen! Angekrochen kam er! Ja, das hat sich auch gekrochen! Ja, dann ist aber nicht so! Ich glaube, es ist herrlich, dass du so gefahren hast! Na, das steht noch nicht! Das ist doch noch ein Geschoss! Säße und äh... Oder Säße hat jetzt noch nicht zu sein! Aber... Ja, du wünschst eigentlich eine neue! Woah! Du hast wieder erwischt! Und ein Oney! Guts one mit Wonder! Aber echt immer ein Wonder! Ja! Ja, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ja! Ja, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Ja, du hast mich nicht viel schneller als jetzt! Sagen sie, der hat nicht mal so viel im Dingsloch. Oh, das ist doch schön, dass du das sagst, so ein Raketenabgezockt. Der hat nicht mehr so viel. Aber Lancia, du solltest dich nicht direkt vor ihn stellen. Das würde dir schlecht bekommen. Ah, Dankeschön. Der Tod. Das ist doch wer. Fuck, das gibt's an der freien Seite. Okay, das gibt's an der. Warum kriegst du den Köln? Ja, rechts, vorne. Geht einer freie. Oben. Ja. Hilfe. Ja. Fascherli. Kommt da der Sandensenschwinnert? Ich glaub nicht, dass er schon wieder das Gedürfnis nach einem Lancia hat. Okay, hier ist oben, bitte. Beide, beide. Das gibt's an der wir ausgenutzt, du gsenkt. Das ist auf meiner Seite von der Seite. Hey, das ist echt übel quasi. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich steh, ich steh nicht, bis du gut senk hast. Ich steh hinter der Wind und du kannst mich nicht senken. Du warst auf der falschen Seite. Du kannst mich nicht senken. Auf der falschen Seite von der Wand. Ein bisschen. Bitte, komm genauer. Okay, ich halte, wenn du bist tot. Mitte kommst rot, okay. Mitte hat keine Lust mehr. Da sagt man, keine Lust mehr. Da! Wichser. Wichser, wichser, wichser! Was wichser, wichser? Steh hinter der Wind, und ihr seht mich. Also, stell dich mal hinter die Wand vom Biber, dann komm ich auf die Seite, wenn ich dich sehe. Hm? Versteckst du auf meinem Fernsehschau was? Versteck dich mal auf dieser Seite. Du auf unseren Nürnberg, der ist klar. Versteck dich mal auf dieser Seite. Wo hast du denn im Augenwinkel? Ich denke nicht. Ich hab deinen Fernseh nicht im Augenwinkel. Ja, aber er. Sonst müsst ihr dich von mir her kuscheln. Nein. Du willst tauschen, willst du mit dir am Spult? Nein. Jetzt erst recht, ne? Ich kannst dir ja auch Video zeigen, wo ich dich gesehen habe. Alles zusammenhauen und nicht auf alle ablösen. Ja, dann mach ein Hammermatch. Muss ein Hammermatch? Nein. Nicht Hammer halt. Nein. Ja, Halo 3? Ja, das ist das gute. Ja, mach das. Wir können ja Schrotmatch machen, oder? Schrotmatch und bloß mit Stux. Mit 2 zu 1 Stunde? Nein, nicht bloß mit 2. Doch, bloß mit Nightmatch. Nein, bloß mit Nightmatch. Ja. Also Simon, wenn ich mitspiele, dann weißt du wie er hat gelernt? Ja. Ja. Ja, ist das noch ziemlich wichtig. Ja. 20. Ja. 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 Ja, wo sag? Ja. Ja. Ja.